Hallo und herzlich willkommen zu Warframe. Heute möchte ich euch einmal mein Compressor-Bild zeigen und wir legen einmal los. Dieser Bild benötigt zwei Forma und sieht folgendermaßen aus. Wir haben als erstes plus 80% Status-Chance, plus 40% Damage für jeden Status-Effekt, der auf dem Gegner ist und das ist bis zu dreimal stapelbar. Dann haben wir plus 60% Fire Rate, plus 60% Multi-Shot, plus 120% Multi-Shot, plus 60% Toxin, plus 60% Status-Chance, plus 60% Electricity, plus 60% Status-Chance, wodurch wir Corrosive Damage mit den beiden kriegen. Dann haben wir nochmal plus 60% Hitzeschaden, plus 60% Status-Chance, plus 90% Damage und zu guter Letzt nochmal plus 220% Damage. Wo wir auf Werte kommen, von einer Crit-Chance von 6%, Crit-Multiplier von 1,8%, Status-Wert von 108%, Hitzeschaden von 4,9%, Viralschaden von 8,2%, Corrosive Damage von 9,8%. Sieht natürlich erstmal sehr gering aus, aber ihr werdet gleich die Waffe sehen und ihr seht auch schon Radial-Attack. Die Waffe hat nämlich Explosion bei sich und daher ist der Schaden so gering. Ich zeige es erstmal hier, ich schieße einmal an die Wand, damit man das mal sieht. Das ist also nicht ein Schuss, der abgeschossen wird, sondern gleich mehrere auf einmal. Ihr verbraucht zwar nur einen Schuss aus dem Magazin, aber es ist so, als wenn es mehrere Kugeln wären. Und ihr seht schon, die Explosion treffen auch die anderen immer noch weiter. Und das sind jetzt auch wieder Level 100 Gegner. Und ja, also es ist völlig okay, die Pistole. Man kann sich nicht drüber beklagen. Klar gibt es stärkere Pistolen, aber ich finde immer bei Level 100 Gegnern, wenn die relativ schnell umkippen, so wie hier jetzt, ist das völlig in Ordnung. Und würde ich sagen, kann man dafür definitiv benutzen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie euer Bild für die Waffe aussieht. Ob ihr den irgendwie vielleicht komplett anders gemacht habt. Und ansonsten würde ich mich natürlich, wie immer, über ein Like und ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss!